Hallo Schachfreunde, willkommen zur Folge 8 der Reihe Schachstrategie. Und die Folge 8, die knüpft auch direkt an die Folge 7 an. Es geht um offene Linien und Diagonalen. Aber bevor wir starten, gilt es noch eine Aufgabe zu lösen, beziehungsweise die Lösung zu zeigen der Schlussaufgabe der Folge 7. Hier in dieser Stellung wurde gefragt, ist das vorangegangene Gambit-Spiel von Weiß gerechtfertigt, ja oder nein? Und ist die lange Diagonale A1, H8 offen oder geschlossen? Die Lösung ist, wenn man die Folge 7 aufmerksam verfolgt hat, recht einfach zu finden. Man kann schon jetzt sagen, ja, das Opferspiel von Weiß war gerechtfertigt. Wir sehen, dass hier Weiß einige Bauern geopfert hat. Hier fehlt dann doch ein bisschen was in der Stellung. Also das ist keine Stellung, die man in ein Endspiel tragen sollte, sondern hier muss man knallharte Taktik anwenden und Weiß opfert hier direkt nochmal Material mit Turmschläge G7. Der König, der nimmt zurück. Wir könnten jetzt natürlich noch König H8 in Betracht ziehen und dann schlagen wir einfach auf H7 raus. Aber das würde zum selben Ergebnis führen, dauert nun ein bisschen länger. Nehmen wir an, der König nimmt auf G7 raus. Dann wird der Turm nachgezogen. Der Turm A1, der war noch nicht im Spiel. Der wird als Ressource nachgezogen betritt. Die offene Linie gibt das Schach. Der König weicht aus auf das Feld H8. Und wir schauen uns kurz mal an, was passiert, wenn er nach H6 geht. Dann folgt direkt das Matt mittels Dame auf H4. Zieht der König nach vorne auf das Feld F6. Dann folgt das Schach wieder auf dem Feld H4 von der Dame. Der König geht nach F5. Der Turm gibt Schach auf G5. König F6. Und nach Turm schlägt E5 Schach. Ja, da bleibt dem König recht wenig übrig als das Feld G6. Und nach Turm auf G5 ist er schließlich Matt. Geht er also nicht nach vorne, sondern nach hinten auf das Feld H8. Dann wird direkt die lange Diagonale freigeräumt. Dame schlägt E5 Schach. Ein weiteres Opfer. Der Bauer nimmt die Dame raus. Der Läufer gibt das Schach auf E5, indem er den Bauern schlägt. Und mit F6 bleibt dem Schwarzen nichts anderes übrig als nochmal was dazwischen zu ziehen. Der letzte mögliche Zwischenzug, aber auch dieser Bauer, der wird einfach mit Schach genommen. Der Turm nimmt den Läufer und nun Turm G8 Schach und Matt. Also hier hat Weiß wirklich seine kompletten Ressourcen für den Mattangriff aufgebraucht. Und hat den vollen Punkt geholt. Aber kommen wir nun direkt zur Folge 8. Im ersten Teil dieser Folge geht es um das Ausnutzen von offenen und halboffenen Linien. Wir bezeichnen eine Linie, welche komplett frei von Bauern ist, als offene Linie. Eine Linie, welche frei von eigenen Bauern ist, aber ein oder mehrere gegnerische Bauern besitzt, bezeichnen wir als halboffene Linie. Zum Beispiel nach den Zügen E4, C5, Springer F3, D6, D4, C schlägt D4 und Springer schlägt D4 hat Weiß eine halboffene D-Linie, während Schwarz die halboffene C-Linie besitzt. Die Schwerfiguren, also Damen und Türme, können ihre Kraft sowohl auf halboffenen als auch auf offenen Linien entfalten. Für das Eindringen unserer Schwerfiguren auf der 7. und 8. Reihe sind speziell die offenen Linien hervorragend dafür geeignet. Aus der Sicht von Schwarz ist das natürlich die zweite und die erste Reihe. Die Beherrschung einer offenen Linie bedeutet oft einen enormen Vorteil. Und damit kommen wir zu den ersten Beispielen. Und wir steigen auch direkt ein in die erste Stellung. Davor aber noch ein paar Worte. Das vorherige Kapitel zeigte die speziellen Charakteristiken von langen Diagonalen, wobei ich anmerken muss, dass auch offene Linien wichtig sind. Die Kontrolle einer offenen Linie, einer Diagonale und einer Reihe ebnet oft den Weg zum Erfolg, da hierdurch die eigenen Figuren wie über eine Autobahn in die gegnerische Stellung eindringen können. Die Dame in Verbindung mit Läufern arbeitet am besten auf Diagonalen, während die Dame in Verbindung mit Türmen am besten auf Linien operiert. Die nun folgenden drei Einführungsbeispiele zeigen die generelle Wichtigkeit von offenen Linien. Die hier gezeigte Stellung kam 1993 in Weigernsee aufs Brett. Und zwar hat hier gespielt, ich glaube es war Kortschneu gegen Sokolow. Und ja, der weise Vorteil sollte hier klar erkennbar sein. Der Läufer kontrolliert die Diagonale B1, H7. Der Bauer auf D6, der hemmt die schwarze Stellung und kann als Sprungbrett für einen gefährlichen Figurenangriff verwendet werden. Ja, und die weiße Dame steht im Zentrum richtig mächtig da. Und der weiße Springer kann über das Feld D5 in den Angriff geführt werden. Beachtenswert ist auch, dass die schwarzen Figuren sehr weit von ihrem König entfernt stehen. Die gesamte Situation gibt dem Weißen die Möglichkeit für eine entscheidende Kombination. Hier hat Kortschneu direkt auf H7 reingeschlagen. Der König nahm zurück. Und jetzt folgt Dame auf H4 Schach. Der König geht noch nach G8. Und Springer auf D5. Ihr seht es bestimmt, es droht hier einzügig Matt mit Springer auf E7. Sokolov hat hier noch den Bauern nach G6 gezogen. Aber nach Dame H6, da wird die Mattdrohung erneuert. Springer auf B3 war noch ein letzter Versuch. Aber hier zieht der König einfach nach B1. Und Schwarz gab die Partie direkt auf. Das als erstes kleines Einführungsbeispiel. Und wir kommen hier auch schon zum nächsten. In diesem zweiten Beispiel sehen wir, wie kraftvoll die frühere Damenweltmeisterin Chibotanice gegen Larsen die Partie entscheidet. Sie hatte keine Angst, ihre Dame für das Öffnen der A1 H8 Diagonale zu opfern. Hier zog sie absolut kraftvoll. Dame schlägt H6. Der Bauer nahm zurück. Und nun Springer auf F7. Nochmal das Schach, Doppelschach. Hier kann nicht der Springer einfach soeben genommen werden. Denn der Läufer gibt ebenfalls Schach. Auf der langen Diagonalen der König zog hier nach G8. Und nun, ja, ihr seht es bestimmt. Springer H6 und Matt. Die hier gezeigte taktische Linienöffnung ist der Höhepunkt der weißen Strategie. Auch hier sehen wir wieder, wie kraftvoll die beiden Läufer die Diagonalen besetzen und dominieren. Weiter geht es mit dem dritten Einführungsbeispiel. In diesem dritten und letzten Einführungsbeispiel sehen wir die Stellung nach dem 20. Zug in der Partie Botwinik gegen Larsen. Gespielt in Palma de Mallorca 1967. Weiß hat hier großen positionellen Vorteil. Der Turm auf D1 kontrolliert die offene D-Linie. Der weiße Springer steht kraftvoll im Zentrum. Und die einzige Figur, welche den schwarzen König schützt, ist der Läufer auf F8. Diese Kombination aus positionellen Vorteilen erlaubt es Weiß, die Partie mit einer hübschen Kombination zu entscheiden. Hier hätte Botwinik direkt den Springer nach F6 ziehen können, das Schach geben können. Ich muss dazu sagen, dass Botwinik mit wenig Zeit auf der Uhr in der Partie den Turm nach D7 zog. Das führte ebenfalls zum Sieg, dauerte aber etwas länger, war etwas mühseliger. Das direkte Springer F6 ist dann doch schneller und entscheidender. Und hier nimmt Schwarz den Springer einfach raus. Und nun Dame auf G4 besetzt die offene Linie. Greift den König an. Der König geht nach H7. Turm auf D7. Jetzt ist der Zug richtig spannend. Und ihr seht es bestimmt, der Turm droht natürlich hier einfach den Bauern zu nehmen. Turm auf E7 ist in der Analyse der Zug der Züge. Damit ist die direkte Drohung unterbrochen. Falls der Läufer nach E7 kommt, dann, ich denke, ist es recht einfach zu sehen, folgt der Läuferzug auf E4. Hier sehen wir das Schach. Und wir sehen auch, dass auf B2 ein Läufer ist, der auf der langen Diagonalen sitzt und nur darauf wartet, zum Einsatz gebracht zu werden. König H8 wäre die Antwort von Schwarz. Und jetzt folgt einfach Turm schlägt E7. Und ich glaube, wir brauchen hier nicht weiter analysieren. Das hübsche Matt auf F6 sollte jeder sehen. Okay, also Läufer E7 funktioniert hier nicht. Turm E7 ist in der Analyse angegeben. Läufer auf E4 Schach. Hier wird der Bauer dazwischen gezogen. Aber nun Läufer schlägt F5 Schach. Der Bauer nimmt zurück. Dame schlägt F5 Schach. Der König geht nach G8. Und jetzt ganz still und leise Dame auf F6. Die Drohung ist, denke ich, eindeutig. Dame H8 Matt. Schwarz kann hier noch versuchen, das Matt zu verhindern, indem er einfach die Diagonale unterbricht. Springer auf E5. Aber dieser Springer, der kann ganz einfach von Weiß genommen werden. Der Turm nimmt zurück. Und nach Dame schlägt F7, kann Schwarz dem Matt nicht mehr ausweichen. König H8, Dame H7 und Matt. Dieser Schlussakkord illustriert ein von Nimzovic in seinem Buch Mein System propagiertes Prinzip sehr gut. Das Hauptziel eines Angriffs über eine offene Linie ist die Besetzung der siebten oder achten Reihe. Das ist dem Weißen hier gelungen und hat zum Erfolg geführt. Nach diesen drei Einführungsstellungen, die uns im Prinzip ein bisschen aufwärmen sollten, kommen wir nun direkt zum Thema offene Linien und Diagonalen. Die vorliegende Stellung stammt aus der Partie zwischen Meduna und Palatnik 1979 gespielt. Die Kontrolle über die B-Linie, das sehen wir hier, gibt Schwarz die entscheidende Möglichkeit, in die weiße Stellung einzudringen. Schwarz am Zug verstärkte auch den Druck auf dieser Linie und zog den Turm nach B8. Der Weiße sah das auch, wollte den Druck vermindern und zog hier den Läufer nach D1. Aber der Abtausch der weißfältigen Läufer vermindert nicht den Druck, den Schwarz auf der B-Linie ausübt. Läufer schlägt D1, der Turm nimmt zurück. Und jetzt Dame auf B3, das greift den Bauern auf A3 an. Weiß versucht diesen Bauern zu decken, aber jetzt Dame auf B2. Weiß versuchte hier noch das Eindringen des Turms B8 zu verhindern und zog hier den Turm nach A2. Wir sehen das hier, Dame schlägt B2, Turm schlägt B2, direkt auf der zweiten Reihe landet. Turm auf A2 soll das verhindern, aber hier wird einfach die Dame geschlagen, der Turm nimmt zurück. Und die einzige Schwerfigur von Schwarz, also der Turm, reicht aus, um die B-Linie zu kontrollieren. Also die B-Linie ist jetzt im Besitz von Schwarz. Schwarz am Zug zog nun auch den Turm nach B3 und greift damit den Bauern auf A3 an. Und die einzige sinnvolle Möglichkeit für Weiß, diesen Bauern zu decken, ist Turm auf A2. Und hier sehen wir gut den Unterschied zwischen dem Turm von Weiß und dem Turm von Schwarz. Der schwarze Turm, der greift an und der weiße Turm ist zur Verteidigung verdammt. Springer auf D7 von Schwarz gespielt. Der Springer möchte nun am Geschehen auf dem Damenflügel mitwirken und wird in den Angriff hinein koordiniert. König auf F3 von Weiß gespielt. Ja, mit Hilfe des Königs versucht Weiß nun die Schwächen in der weißen Stellung abzudecken. Springer auf B6 und König auf B2. So, der König macht sich langsam auf den Weg und deckt nun den Bauern auf D3. Entlastet damit den Springer auf E1. Auf den Zug A4. Ja, da würde Schwarz einfach mit A5 antworten. Und nach Turm B4 den Bauern gewinnen. Also das funktioniert für Weiß hier nicht. So kam es auch nicht in der Partie. Hier hat, wie gesagt, der Weiße den König nach E2 gespielt. Und jetzt Springer auf A4. Ja, der Springer, der droht hier natürlich nun ganz gewaltig diese Gabel. Und würde hier den Turm gewinnen. Darauf muss der Weiße reagieren. Hier zog Weiß dann auch den König nach D2 in das Geschehen hinein. Aber Turm auf B1 wird hier von Schwarz gespielt. Und trotz reduziertem Material stehen die weißen Figuren absolut eingeengt und passiv. Und können keinerlei Drohungen entwickeln. Zusätzlich steht nun auch der König sehr, sehr unsicher. Also der Weiße König, der sich hier ins Geschehen hat treiben lassen, der steht auf dem Feld D2 ziemlich unsicher. Oder zum Beispiel könnte man hier überlegen, falls der Weiße nun F4 zieht mittels Springer C3 und Turm C2 einfach auch D1 mit dem Turm matt zu geben. Das ist eine Idee, die in der Luft liegt. Also der König steht schon relativ unsicher. Der Weiße hat hier aber nicht den Bauern nach F4 gezogen, sondern den Springer nach C3. Und jetzt gewinnt Schwarz ganz einfach nach Turm F1 einen Bauern. Der König versuchte noch, diesen Bauern zu retten. Aber nach Turm H1 sieht die Sache sehr, sehr übel aus. Denn ich denke, man sieht es, der Bauer, der kann nicht einfach mal so eben nach vorne ziehen. Und ja, er wäre dann gedeckt. Nein, hier droht natürlich Schwarz gleichzeitig auch wieder diese ekelhafte Gabel. Die führt direkt zum Gewinn des Turms. Also hier steht der Weiße mit dem Rücken zur Wand. Es kam noch zu Turm auf A1 in der Hoffnung, dass Schwarz Mitleid hat und den Turm abtauscht. Aber das passiert natürlich nicht. Hier hat Schwarz ganz einfach den Bauern auf H2 genommen. König F3 kam in der Partie. Der Weiße König hatte wohl genug von der Aktion am Damenflügel und macht sich nun am Königsflügel breit. Aber hier spielt der Schwarze einfach den Bauern nach G5. Und weiß, ja, was soll er machen? Zog hier den Springer nach B4. Opfert diesen Springer. Es ist wirklich schwer, dem Weißspieler einen vernünftigen Zug in dieser Stellung vorzuschlagen. Springer B4 ist aber nicht ganz ohne. Hier hat Schwarz aber ganz besonnen reagiert und erst einmal den Bauern nach G4 gezogen. Das Schach gezogen. Ein Ablenkungsopfer, das dem Schwarzen die Möglichkeit bietet, den Springer auf B4 in besserer Stellung zu schlagen. Wir schauen uns kurz an, was passiert wäre, wenn Schwarz hier einfach den Springer in dieser Stellung genommen hätte. C schlägt B4. Darauf folgt dann C schlägt B4 von Weiß. Und wenn nun Schwarz den Springer nach B2 zieht und den Bauern auf D3 angreift und anschließend gleichzeitig den Bauern auf B4, kann Weiß hier einfach den König nach E2 ziehen und hält die Stellung zusammen. Hier sind gerade diese beiden Bauern für Schwarz unglaublich gefährlich. Da ist Ärger im Busch und da kann auch nicht einfach mal eben so ein Turm vorbeischauen, die Sache aufhalten. Auch der Springer steht hier sehr, sehr schlecht, um das Ganze aufzuhalten. Und aus diesem Grund hat hier der Schwarze ganz umsichtig reagiert und den Bauern nach G4 geschoben. Den König auf das Feld G4 gelenkt und jetzt ist es gut das Schlagen auf B4. Der Bauer nimmt zurück Springer auf B2 und nach Turm A3. Wir sehen es, der König kann nun nicht einfach mal so eben zwei Felder auf E2 springen. Das würde dem König jetzt gefallen, kann er aber nicht. Turm A3 wurde noch gespielt, aber jetzt grast hier der Schwarze einfach die Bauern ab. B5 kam noch in der Partie, aber auch diesen Bauern holt der Schwarze einfach ab. Ein Abtausch, Springer auf D1 und endlich nach all diesen Strapazen kann Schwarz nun seinen Meerspringer nutzen, um ein Mattennetz zu weben. Turm auf B3 soll die Bauernumwandlung unterstützen. Sieht auch sehr bedrohlich aus, aber zunächst einmal das Schach auf E3 von Schwarz. Der König zieht nach H3 und nach F5 hat Weiß die Partie aufgegeben. Die Drohung ist recht einfach und simpel. Hier kann einfach Springer G4 gefolgt von Turm H2 folgen oder einfach direkt G4, vielleicht von Weiß, aber das wird einfach genommen. König H4, Turm F3, König H5 und König auf G7. Das Mattennetz ist gespannt. Es würde im nächsten Zug einfach Turm H3 und Matten folgen. Der Turm auf B3 kann nichts ausrichten und die Bauernumwandlung auf der B-Linie ist auch nur ein Traum gewesen. Soviel zu diesem ersten Beispiel und kommen wir direkt zum nächsten. In diesem Beispiel, welches eine Stellung aus der Partie zwischen Botwinik und Boleslavsky, Moskau 1945, zeigt, versucht Weiß aus seiner Kontrolle über die D-Linie Profit zu schlagen. Wir sehen hier, die Weiß hat mit dem Turm und der Dame zwei Schwerfiguren auf der D-Linie platziert und ist bereit, in die schwarze Stellung einzudringen. Aber zuerst muss er den schwarzen Springer auf B6 vertreiben, welcher das Feld D7 unter Kontrolle hat. Also hier sehen wir, hier ist kein einfaches Eindringen von Weiß auf D7 wegen dem Springer auf B6 und auf D8 kann die Dame auch nicht rein wegen Läufer und Turm. Also hier geht momentan nichts. Aber das Problem ist recht einfach zu lösen. Hier hat Weiß den Springer direkt angegriffen mit dem C-Bauern und dank diesem Bauernvorstoß hat Schwarz überhaupt keine Zeit, den Turm auf D8 zu stellen. Hier zog in der Partie Wolewslawski den Springer auch zurück nach C8. Im Falle von Turm auf D8, für die, die es noch nicht so ganz gesehen haben, folgt einfach Dame, schlägt D8 Schach, der Läufer nimmt zurück, der Turm nimmt auf D8 raus mit Schach, der König geht nach G7 und nach C schlägt B6 sind der Turm und die zwei Springer mit all diesen Bauern der schwarzen Dame absolut überlegen. Also so kann das Schwarz nicht spielen, hat er auch nicht gemacht. Er hat hier den Springer nach C8 gezogen. Dame auf D7, das Ziel ist erreicht. Die Dame ist über die siebte Reihe in die schwarze Stellung eingedrungen und ja, Schwarz hat hier auch dann einfach sich gesagt, okay, lasse ich zu, ich nehme hier den Bauern auf B3 raus, ein Bauer ist ein Bauer. Wir können uns aber trotzdem noch mal anschauen, was passiert denn, wenn Schwarz jetzt hier den Turm nach D8 zieht? Ja, dann folgt einfach Dame, schlägt E6, Turm gibt Schach auf D1, der Springer nimmt zurück, der Bauer nimmt auf E6 die Dame und Springer auf E3 und nach Springer auf C4 gewinnt, Weiß auf jeden Fall den Bauern auf E5 und hat eine überlegene Stellung. Ebenfalls stark ist es in dieser Stellung einfach den Bauern auf B7 zu nehmen. Ist auch vollkommen in Ordnung, es könnte hier weitergehen mit Turm, nimmt D1 Schach, der Springer nimmt zurück, Springer auf E7 kommt zurück ins Spiel, aber auch der Springer von D1 kommt zurück über das Feld E3 und wenn jetzt die Dame auf B3 den Bauern rausnimmt, dann folgt Dame B8 Schach, der König geht auf das Feld G7 und nach Springer auf G4 ist die Geschichte wohl schnell vorbei. Auch hier sehen wir, dass der Bauer auf E5 unglaublich oft angegriffen ist und nur einmal gedeckt ist. Gleichzeitig befindet sich natürlich auch der König auf dieser Diagonalen. Also auch das ist nicht die Lösung, die Schwarz hier finden konnte, aber so kam das alles nicht. Es waren nur weitere gute Optionen für Weiß. Hier hat Schwarz allerdings nicht den Turm nach D8 gezogen, sondern den Bauern auf B3 verspeist und es ging weiter mit Dame schlägt B7. Wir sehen, dass die Dame hier die Reihe, die siebte Reihe kontrolliert und der weiße Turm kontrolliert die D-Linie. All das sind ganz, ganz wichtige positionelle Vorteile. Läufer auf G5 wurde von Schwarz hier gespielt, aber der Läufer, der wird hier einfach rausgenommen. Weiß hat kein Problem damit, Material zu tauschen. H schlägt G5 und jetzt Dame schlägt A6. Weiß hat hier neben dem positionellen Vorteil auch einen materiellen Vorteil. Und das ist absolut genug, um die Partie zu gewinnen. Es ging hier noch weiter mit Springer auf E7. Der Springer steht auf C8 natürlich überhaupt nicht gut, aber auf E7 steht er auch nicht viel besser. Hier sind keine tollen Felder, wo er hin kann. Also hier steht er schon ein bisschen im Abseits. Es ist fraglich, was man mit solch einem Springer überhaupt noch machen kann, aber er steht auf C8, wie gesagt, auch nicht gut. Es war eigentlich sowieso egal, wo der Springer hinzieht. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Die Dame ging hier zurück auf das Feld B7, greift auch damit den Springer an. Turm auf E8 deckt den Springer und jetzt Dame auf D7. Wieder sehen wir die Kontrolle der D-Linie. Das ist ganz, ganz elementar für einen Angriff gegen den König. Hier können die Figuren wie auf einer Autobahn direkt in die gegnerische Stellung eingefahren werden. König auf F8 deckt den Turm, aber Dame auf D6 fesselt den Springer. Und der Schwarze, der hat ja eigentlich, ja, recht wenig Möglichkeiten hier weiter zu machen und sagte sich, okay, nehme ich mal einfach einen Bauern auf B4. Kann ja nicht schaden. Aber es ist der Weiße, der hier Fortschritte machen kann im Angriff und der hat hier den Springer nach G4 gezogen. Weiß ist hier direkt im Angriff. Turm auf A8 war die Antwort von Schwarz, aber nach Dame schlägt E5 sieht die Sache für Weiß sehr, sehr gut aus. In der Analyse hat sich gezeigt, dass Springer schlägt E5 doch etwas stärker war. Es könnte weitergehen mit Dame schlägt E4. Sieht zunächst einmal gut aus für Schwarz, aber Dame f6 droht direkt matt. Schwarz kann es versuchen abzuwehren mittels Dame auf F5, aber nach Springer auf D7 Schach gewinnt Weiß einfach die Figur. Und ganz, ganz schnell die Partie. So kam es nicht. Hier wurde Dame schlägt E5 gespielt. Das deckt natürlich dann auch den Bauern auf E4. Und mit Dame auf B3 wollte Schwarz dann auch irgendwie doch noch ein bisschen Gegenspiel bekommen. Greift den Turm auf D1 an, aber der, der will da überhaupt nicht bleiben. Der geht auf die siebte Reihe. Hier sehen wir es wieder. Die siebte Reihe kontrolliert von Weiß. Weiß ist hier im Angriff. Der Springer, der ist auch nun wirklich angegriffen vom Turm und von der Dame. Und der zog hier nach G8. Ja, da hat er noch ein schönes Feld. Deckt auch gleichzeitig wichtige Felder ab. Aber das ist schon eine sehr undankbare Aufgabe. Hier ging es weiter mit Dame auf D6 Schach. Ist schon ziemlich gut. Aber das prophylaktische König H2 war wohl in diesem Moment stärker. Also hier hatte Weiß schon genügend Zeit und Schwarz überhaupt kein Gegenspiel, dass Weiß es sich hier erlauben konnte, einfach den König nach H2 zu spielen. Aber das ist nicht weiter schlimm. Das Schach wurde gespielt von Weiß. Der König flüchtete auf das Feld G7. Die Dame gab nochmal Schach auf dem Feld D4. König H7. Der Springer gibt Schach. Und nun endlich kann Schwarz sich von seinem Springer befreien. Springer schlägt F6. Die Dame nimmt zurück. Und König auf G8. Noch sieht fast alles ziemlich sicher aus. Die Dame deckt Gott sei Dank das Feld F7 ab. Und der Turm auf A8 die Grundreihe. Was soll hier groß passieren? Und nun hat Weiß aber auch die Zeit, den König nach H2 zu spielen. Hat er auch gemacht. Turm auf F8 soll nochmal alles abdecken. Und an dieser Stelle wurde die Partie, die wurde ja 1945 gespielt. Damals gab es noch Hängepartien. Und an dieser Stelle wurde die Partie unterbrochen. Und bei der Wiederaufnahme, nachdem beide Seiten die Stellung ausgiebig analysiert hatten, hat dann Weiß auch recht schnell gewonnen. Es ging hier weiter mit Dame schlägt C6. Und Weiß hat hier einen Freibauern auf C5. König auf G7. Was auch sonst. Schwarz hat nichts. Dame auf D5. Dame auf B1. Dame gibt nochmal Schach auf B4. Der König zieht nach H7. Und jetzt ganz einfach C6. Der Bauer, der rennt natürlich. Und Schwarz hat an dieser Stelle die Partie aufgegeben. Der Turmzug nach H8 sieht gar nicht mal so schlecht aus. Könnte man noch überlegen, hier einfach ein bisschen matt zu drohen. Ist gar nicht mal so schlecht. Aber das verliert direkt nach Dame schlägt H8 Schach. Der König nimmt zurück. Und nun könnte man ja denken, Mensch, die Dame gegen den Turm, das sollte doch eigentlich für Schwarz machbar sein. Funktioniert aber nicht. Denn der weiße König steht hier absolut sicher. Es ist für Schwarz keine Möglichkeit vorhanden, hier irgendwie mit Schachs noch irgendwas zu drohen. Weiß zieht hier einfach den Bauern nach C7. Und die Partie ist für Schwarz verloren. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Beispiel. Hier sehen wir die Stellung nach dem 26. Zug von Weiß in der Partie zwischen Nimzovic und Capablanca gespielt in New York 1927. Schwarz nutzte wirklich brillant das Potenzial der halboffenen C-Linie aus. Also wir sehen, die C-Linie ist halboffen. Es ist nur ein Bauer auf der C-Linie vorhanden. Und Capablanca zog hier den Springer nach E7. Mit gutem Grund lehnt Capablanca hier den Tausch der Springer ab und will seinen Springer an den Königsflügel transferieren. Die Frage ist hier, ob Schwarz von der halboffenen C-Linie profitieren kann oder nicht. Weiß zog hier den Turm E nach D2. Und Schwarz antwortete direkt mit Turm auf C4. Also das verhindert zunächst einmal auch den Vorstoß des Bauern. Einen möglichen Vorstoß in Zukunft und setzt die Stellung von Weiß ziemlich fest. Gleichzeitig hat hier Schwarz natürlich auch noch das Feld E4 im Auge. Falls der Springer sich bewegt, könnte Schwarz hier einfach rein auf das Feld E4. Sieht auch richtig toll aus. Kommen wir aber gleich zu. Weiß hat hier die Dame nach H3 gezogen. Ein sehr seltsames Feld für die Dame. Sie hat hier richtig wenig zu tun. Das beste Feld für die Dame ist hier wahrscheinlich das Feld F2. Aber gut, was dem Nimzovic hier durch den Kopf gegangen ist, kann ich nicht sagen. Dame H3 sieht auf jeden Fall erst einmal seltsam aus. Vielleicht irgendwie ein Angriff gegen den Bauern auf H5. Ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Schwarz zog hier auch den König nach G7. Und jetzt Turm auf F2 von Weiß gespielt. Und ein richtig guter Zug von Capablanca und zwar A7 auf A5. Schwarz expandiert am Damenflügel richtig so, denn genau da muss er auch spielen. Und da kommen wir auch noch auf eine Regel, die ich schon recht häufig gesagt habe. Die Bauern, die zeigen auch immer in die Richtung, in die wir spielen sollten. Also die eigenen Bauern. Und hier zeigen die Bauern auch in Richtung Damenflügel. Und Schwarz macht hier alles richtig. Turm auf E2 von Weiß gespielt. Weiß kommt hier nicht so richtig voran. Versucht natürlich die Stellung irgendwie zusammenzuhalten. Was soll er auch anderes machen? Denn er kann hier keine Bauern ziehen. Hier ist der Bauer auch von der Dame angegriffen. Also er versucht hier die Stellung zu halten. Springer auf F5 von Capablanca gespielt. Ein sehr, sehr guter Zug. Nun bietet er doch den Tausch an des Springers. Und Nimzowitsch hat diesen Springer auch direkt genommen. Wir schauen uns kurz eine Alternative an. Und zwar Turm E auf D2. Das macht dem Schwarzen nichts. Der sagt sich einfach, wenn du meinen Springer nicht nimmst, dann nehme ich einfach deinen Springer. Und nach Turm schlägt D4, Turm schlägt D4 und C schlägt D4. D4 ist aus der halboffenen C-Linie eine offene Linie geworden. Und die wird kontrolliert von Schwarz. Schwarz könnte hier auch direkt den Turm nach C4 stellen und den Bauern doppelt angreifen. Der ist nur einmal bedeckt. Dame E3 würde den Bauern nochmal überdecken. Aber nach A4 sieht die Stellung für Weiß sehr, sehr deprimierend aus. So kam es in der Partie aber nicht. Nimzowitsch hat den Springer genommen. Der Gehbauer nimmt hier zurück. Und Dame auf F3. Hier muss ich sagen, das verlockende Dame schlägt H5. Das würden wahrscheinlich sehr viele von uns so spielen. Sieht doch an für sich recht aggressiv und entscheidend aus. Aber hier kann Schwarz direkt Turm H8 spielen. Die Dame angreifen. Nun muss sie doch zurück auf das Feld F3. Und nach H4 sieht die Stellung von Weiß wie ein Schrotthaufen aus. So geht das, wie gesagt, nicht. Kam so auch nicht aufs Brett. Die Dame hat der gute Nimzowitsch direkt nach F3 gezogen. Aber jetzt König auf G6. Und Turm auf D2. Turm auf E4. Der schwarze Turm auf E4 steht einfach nur gut. Mit der Kontrolle der vierten Reihe in Verbindung mit der halboffenen C-Linie kontrolliert Schwarz nun auch die E-Linie. Dürfen wir nicht vergessen. Die B-Linie sowieso. Und ganz, ganz wichtig, die Diagonale A7 G1. Das ist schon fast unmenschlich, was Schwarz hier alles auf diesem Brett in dieser Stellung kontrolliert. Und Nimzowitsch versuchte das Problem mit Figurentausch zu lösen. Turm auf E4 wurde gespielt. Turm auf C4 von Schwarz. Schwarz lässt einen weiteren Turm über die vierte Reihe in die weiße Stellung hineinschleichen. und Dame auf F2 von Nimzowitsch gespielt. Hält nochmal gerade so alles zusammen. Aber Dame auf B5 von Schwarz gezogen. Schwarz hat hier alle Zeit der Weltkönig auf G3 von Weiß gespielt. Hier muss man dazu sagen, dass auf Turm schlägt C4. Dame schlägt C4 und Turm auf D4. Ganz einfach, Dame auf B3 folgt und Weiß kann die Partie sehr schnell vergessen. So geht das nicht. König auf G3 von Weiß gespielt. Aber nun ist es Capablanca, der nun Figurentausch anstrebt. Die Stellung ist dafür reif. Turm C schlägt D4. Der Bauer nimmt zurück. Und Dame auf C4. Wir sehen hier immer noch, wie der Turm die E-Linie kontrolliert. Die Dame auf der C-Linie sich breit gemacht hat. Das Ganze sieht für Weiß sehr, sehr bedenklich aus. König auf G2 und man kann schon jetzt zusammenfassend sagen, dass durch das energische Spiel von Capablanca Schwarz die offene C-Linie im Besitz hat und den Turm im gegnerischen Lager platziert hat. Also das ist hier schon richtig spielentscheidend. Es ging hier weiter mit B5. Schwarz verbessert seine Stellung, ohne dem Gegner auch nur den Hauch eines Gegenspiels zu gewähren. König auf G1. Weiß zieht hier praktisch nur noch etwas herum. B4. Die Bauern werden getauscht. Und König auf G2. Die Dame geht nach C1. Und König auf G3. Dame H1. Nun sind die Schwerfiguren von Schwarz in der weißen Stellung richtig hineinbetoniert. Und lassen sich nur schwer vertreiben. Weiß ist hier im Zugzwang. Turm auf D3. Turm auf E1. Und das ist doch schon der Garant zum Sieg. Die komplette erste Reihe gehört dem Schwarzen. Und zudem auch die Diagonale. Und natürlich die E-Linie. Also das ist schon ein kleines Mattenetz. Turm auf F3. Turm auf F3 zieht nochmal die Ressourcen zusammen. Aber nach Turm auf D1 folgte noch B3. Hier wird versucht zusammenzuhalten. Was zusammenzuhalten geht. Turm auf C1 einfach gespielt. Und Turm auf E3. Auf König H3 folgt einfach Turm auf C2. Ich denke, Sie sehen es. Wenn hier die Dame den Turm nimmt, dann folgt einfach das Schach und Matt auf F3 mit der Dame. Gut, es ist nicht gleich Matt. Der König hat natürlich noch ein kleines Fluchtfeld. Aber spätestens auf dem Feld G4 folgt dann das Matt. Turm auf E3 rettet aber nichts. Es folgt Turm F1 mit Angriff auf die Dame. Und Weiß gab in dieser Stellung die Partie auf. Es ist auch klar, dass hier wirklich demnächst ganz Übles droht. Beispielsweise Dame E2. Hier kommt dann einfach das Schach von Schwarz. Der König geht nach H3. Und nach Turm auf F2 ist, wie sagt es dieser Carsten Müller so gerne, die Messe gelesen. Okay. Wenn wir uns diese Partie anschauen, 1927 gespielt, da können wir sagen, dass das ein wahrhaftiges Meisterwerk von Capablanca war. Ein perfektes Beispiel, wie man halboffene und offene Linien in Verbindung mit Reihen nutzt. Also hier haben wir gesehen, wie Capablanca eine halboffene Linie genutzt hat. Hat dann mittels eines Turms auf E4 auch die vierte Reihe kontrolliert. Und dazu noch die E-Linie. Dürfen wir nicht vergessen. Und anschließend wurde aus dieser halboffenen C-Linie eine offene Linie. All das hat dazu beigetragen, dass Capablanca die Partie absolut souverän gegen Nimzovic gewonnen hat. Ein wirklich beeindruckendes und lehrreiches Beispiel. Und wir kommen auch schon zum nächsten. Und in dieser Stellung nutzte Kramnik 1989 sehr fantasievoll mit den Weißen Steinen die E- und G-Linie gegen seinen Gegner namens Koslov. Also wir schauen uns das mal an. Wie kann Weiß hier die E-Linie und die G-Linie nutzen, um die Partie sehr schnell zu gewinnen? Hier hat Kramnik natürlich ein absolut gutes taktisches Auge gezeigt. Er hat hier mit dem Turm den Springer auf E2 geschlagen und lenkt mit diesem Qualitätsopfer die Dame auf die E-Linie. Sehen wir hier. Und jetzt hat er sich die G-Linie zunutze gemacht, die halboffene G-Linie und den Bauern auf G7 geschlagen. Ein weiterer Köder. Er muss natürlich diesen Turm schlagen, denn zieht er einfach den König nach H8, dann folgt das Matt mittels Dame auf H7. Also, so kam es auch in der Partie, hat sein Gegner Koslov den Turm auf G7 geschlagen. Und jetzt einfach Läufer schlägt H6 mit Schach, gefolgt von dem Damenschlagen auf E2. Schwarz gab in dieser Stellung auch die Partie direkt auf. Und auch wenn dieses Beispiel eher taktischer Natur ist, ist es doch die Schachstrategie, die hier zum Vorschein kommt. Und Weiß lenkte zuerst die schwarze Dame auf die E-Linie, um anschließend mit dem Turm auf der halboffenen G-Linie den Gewinn von Material herbeizuführen. Ein gutes Beispiel, wie einzelne Linien zum taktischen Spiel einladen. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Beispiel. Und kommen wir nun zu den offenen Linien mit Angriff auf den König. Und hier lässt sich sagen, dass der Wert von offenen Linien immer davon abhängt, wie gut man seine Figuren mittels der offenen Linien in die gegnerische Stellung bekommt. Das Ziel ist, entweder Material zu gewinnen oder den König entscheidend anzugreifen. Wie wir anhand der letzten Beispiele gesehen haben, sind offenen Linien ein positioneller Vorteil, welcher oft ein entscheidender Faktor beim Angriff ist. Schauen wir uns die Stellung aus der Partie zwischen Keres und Capablanca mal genauer an, die wir hier vorliegen haben. Schwarz muss seine beiden schwachen Bauern A und C decken. Ich denke, das sieht man, diese beiden Bauern sind schwach, können sich nicht gegenseitig decken. Und alle weißen Figuren, ich klicke sie mal alle an, sind stark positioniert. Und besonders der Springer auf D4 und der Läufer auf B2 sind wirklich Garanten für einen Sieg in dieser Stellung. Vom Feld C4 aus übt die Dame zusätzlich auch noch Druck gegen das Feld F7. Und die beiden Türme von Weiß dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, die kontrollieren einmal die offene D-Linie und einmal auch die halboffene C-Linie. Weiß hat eindeutigen positionellen Vorteil und gemäß einer Prinzipie von Steinitz machen seine aktiven Figuren nicht nur einen Angriff möglich, sondern absolut erforderlich. Und das hat Weiß, also Keres, auch gewusst. Keres hat hier den Springer auf E6 gezogen. Und das greift gleichzeitig die Dame an und den Bauern auf G7. Und Capablanca, der hat hier die Dame zurückgezogen auf das Feld B8. Ich denke, dass jeder sieht, dass das Schlagen des Springers zur absoluten Katastrophe führen würde in der schwarzen Stellung. Ich denke, hier brauchen wir recht wenig Worte verlieren. Eine Alternative zu dem Damenzug nach B8 wäre dann vielleicht noch das Läufer-Schach auf H2. Hier würde der König nach H1 gehen und wenn nun der Schwarze diesen Springer nehmen würde, folgt einfach Dame schlägt E6 mit Schach. Der König könnte noch nach H8 gehen, aber nach Turm auf D7 wäre die Partie sehr, sehr schnell vorbei. Das geht so also nicht. Aber Schwarz muss natürlich diesen Springer hier nicht nehmen. Er könnte auch einfach den Springer nach E5 ziehen und die Dame angreifen, wie du mir, so ich dir. Und nach Springer schlägt C7. Dann folgt einfach Springer schlägt C4. Der König nimmt nun den Läufer auf H2 raus. Und wenn Schwarz sich sagt, okay, nehme ich auch den Läufer auf B2, dann folgt ganz trocken Turm auf D2 mit Angriff auf den Springer. Und der hat keine guten Felder mehr und wird geschlagen. Gleichzeitig muss natürlich Schwarz auch der Versuchung widerstehen, den Springer auf C7 zu nehmen. Denn die logische Antwort wäre ein direktes Matt, ein Grundreihenmatt auf D8. Also das geht so nicht. Wir gehen zurück. Dame auf B8 wurde von Capablanca gespielt. Und jetzt Springer auf G5. Das ist wieder eine Erweiterung des Angriffs gegen den König auf G8. Wir sehen hier, wie die Dame auf das Feld F7 wirkt. Der Läufer, die wunderbare Diagonale hat die zwei Türme hier sehr, sehr gut stehen. Und nun auch der Springer sehr, sehr gut wirkt. Man sollte hier auf jeden Fall der Versuchung widerstehen und den Bauern auf G7 nicht mit Springer schlägt G7 nehmen. Denn dann würde Schwarz direkt den Läufer nach E5 ziehen. Und wir sehen, wie hier die schöne Diagonale von Weiß nicht mehr ganz so schön aussieht. Läufer schlägt E5 wäre die logische Konsequenz. Und nach Springer schlägt E5, Dame auf C3. Ja, da kann einfach der König den Springer auf G7 rausnehmen. Und wer jetzt denkt, dass F4 des Rätsels Lösung ist, der hat sich geirrt. Denn das wird ganz einfach aufgelöst mit Turm auf B5. Und die Sache sieht für Weiß dann nicht mehr ganz so gewonnen aus. Aber okay, wir gehen zurück. So kam es in der Partie nicht. Das wäre zu einfach gewesen. Springer auf G5 war der Zug, den Keres gespielt hat. Und Turm auf B7. Hier deckt der Schwarze auch seine siebte Reihe ab. Dame auf G4. Läufer auf F4 greift den Springer und den Turm gleichzeitig an. Aber das wird von Weiß direkt auch beantwortet mit Turm auf C4. Und hier zog der Schwarze den Turm nach B5. Besser wäre es wohl gewesen, hier direkt den Springer herauszunehmen. Der ist dann in dieser Stellung wohl doch sehr, sehr gefährlich. Aber Schwarz zog es vor, hier den Turm nach B5 zu ziehen, um den Springer nun doch nochmal anzugreifen. Aber hier hat Weiß die richtige Antwort parat. Er schlägt hier direkt mit dem Springer auf F7 rein. Das ist natürlich ein Hammerzug. Und der gibt dann auch die siebte Reihe frei für einen eventuellen Turmzug nach D7. Das wäre absolut verheerend für den Schwarzen. Er darf hier nicht, wie gesagt, den Springer einfach nehmen. Turm auf D7 wäre sehr, sehr schnell das Ende für Schwarz. Er hat ihn auch nicht genommen, den Springer. Er hat den Turm nach E8 gezogen. G3 greift den Läufer an. Und jetzt Dame auf C8. Und dieser Zug, dieser Damenzug nach C8, ist praktisch gleichbedeutend mit einer Kapitulation. Aber was hätte Schwarz auch sonst ziehen sollen? In dieser Stellung, wenn man sich das ein bisschen näher anschaut, ja, da sagt auch der Computer, Mensch, opfer doch einfach den Läufer auf G3. Aber wenn das der beste Zug sein soll, der für Schwarz hier möglich ist, dann ist die Stellung sowieso schon einfach nur schlecht. Dame C8 wurde, wie gesagt, gespielt. Der Turm nimmt auf F4 raus. Dame schlägt G4 und Turm schlägt G4 und jetzt König schlägt F7. Jetzt kommt der Turm auf die siebte Reihe. Das ist ja unser Thema, auch hier Reihen und offene Linien und Diagonalen. Hier haben wir wieder alles zusammen auf dem Brett. Hier werden diese positionellen Motive in wirklich Glanzform angewendet. Turm auf E7. Der Turm zieht einfach dazwischen, wird aber rausgenommen. Der König nimmt zurück und jetzt Läufer schlägt G7. Weiß besitzt zwei mehr Bauern und der Rest ist relativ einfach. Wir können uns den Rest auch gerne noch anschauen. Der Turm hat hier noch den Bauern auf A2 angegriffen. Aber den kann Weiß natürlich einfach nach vorne ziehen. Turm auf C5, Turm auf B4, König auf E6. Der König zentralisiert sich und der Weiße König wandert ebenfalls in Richtung Zentrum. H5 kam noch von Schwarz. Turm auf C4. Natürlich würde sich jetzt der Weiße über einen Turmtausch freuen. Und der Schwarze hat auch relativ wenig Alternativen, denn der Bauer auf C6, der hängt. Also hat Schwarz den Turm genommen. Der Bauer nimmt zurück. König auf D6. Und jetzt ganz trocken gespielt von Weiß F4. Und an dieser Stelle hat Capablanca die Partie auch aufgegeben. Auf König C5, was noch einigermaßen aggressiv und gut aussieht, würde einfach F5 kommen. Und auf Springer E7 einfach die Fesselung mittels Läufer F8. Damit wäre das Problem gelöst und Weiß hätte die Partie direkt gewonnen. Auch wieder eine schön gespielte Partie, die all unsere Elemente, sprich Reihen, offene Linien, halboffene Linien, Besetzung der siebten Reihe, Besetzung der achten Reihe beinhaltet. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Beispiel. Und auch in diesem Beispiel, das aus der Partie zwischen Lempert und Tiff Jakob 1993 in St. Petersburg stammt, geht es um das Eindringen auf der achten Reihe. Und Weiß opferte hier seinen Läufer mittels Läufer schlägt E5. Und mit diesem Läufer erhält der weiße Turm B5 Zugang auf die achte Reihe. Wir sehen das hier auf die achte Reihe. Da will der Turm der Weiße hin. Geht aber nicht. Der Springer steht hier auf C6. Und dieser Springer wird abgelenkt von seinem Feld C6, in dem hier Weiß das Opfer auf E5 spielt. Und Schwarz hat hier auch den Läufer direkt rausgenommen. Und nun Turm auf B8. Und das sieht schon recht bedrohlich aus. Der Turm auf der achten Reihe. Und hier zog Schwarz den Springer direkt zurück. War sich seiner Sache sicher. Der Turm ist ja nun angegriffen. Müsste sich nochmal bewegen. Turm E1 wurde von Weiß gezogen. Und ignoriert komplett den Angriff gegen den Turm auf der achten Reihe. Und Turm E1 ist schon ein richtig guter Zug. Denn Weiß übernimmt nun die Kontrolle der offenen E-Linie. Und schneidet dem Schwarzen König die Flucht Richtung Königsflügel ab. Das ist ganz wichtig. Der Schwarze ist nun in einem Mattenetz gefangen. Kann man so sagen. Er ist hier auf dieser Bretthälfte gefangen. Auf der Damenflügelhälfte des Brettes. Springer schlägt B8. Der Schwarze meinte dann auch den Turm noch nehmen zu können. Aber hier zieht die Dame hinterher. Wieder kontrolliert der Weiße. Sowohl die E-Linie als auch die achte Reihe aus Richtung der Dame. Das sieht sehr sehr gefährlich aus. Es kam hier noch zu Springer auf E4. Schwarz unterbricht. Die E-Linie sieht wohl schon die Gefahr lauern. Aber hier folgt erst einmal direkt Springer auf D6 Schach. Abzugsschach. Der Springer ist auch gleich nochmal angegriffen. König auf E7 ist die Antwort. Aber nun Turm schlägt E4. Wieder hat Weiß die Kontrolle der E-Linie zurück. Gibt gleichzeitig der Schach. Und nun flüchtet der König auf das Feld F6. Aber es geht weiter. Springer auf E8 Schach. Und Schwarz gab die Partie an dieser Stelle nach einigen Minuten Nachdenken auf. Da entweder Matt gesetzt wird oder Material verliert. Zum Beispiel König G6 würde zu Turmschlick G4 Schach führen. Der König flüchtet auf das Feld H5. Das Feld H7, das wäre tabu. Hier würde einfach Dame B1 mit folgendem Matt kommen. Also ist König H5 die einzige Alternative. Aber auch hier kann Weiß richtig Ärger machen. Dame auf E5 mit Schach. Da nimmt der König den Turm raus. Und es sieht doch schon sehr bedenklich aus. Wie will denn hier Weiß noch vorankommen? Eine Figur nach der anderen wurde geopfert. Aber es geht weiter. F3 ist die Antwort von Weiß. Der gibt das Schach. Der König nimmt nun auch noch den Bauern auf H4. G3 noch ein Schach. Und König H3 ist der König sicher? Nein. Denn hier folgt einfach Dame auf H5 Schach. Und auch der nächste Bauer, der wird vom Schwarzen geschluckt. Nun hat Weiß gerade mal den Springer noch im Spiel. Die Dame und zwei Bauern. Den König nenne ich jetzt mal nicht als Figur, die im Spiel ist. Der König, der hat nun auch die Opposition zum Weißen König bekommen. Und Schwarz kann hier ganz einfach matt setzen, wenn er am Zug wäre. Aber der Weiße, der kommt ihm zuvor und setzt selbst auf E4 matt. Eine wirklich sehr, sehr interessante und forcierte Ausspielung der Stellung. Wir gehen noch mal ganz kurz zurück. Alles hat angefangen in dieser Stellung. dass Weiß hier den Läufer nach E5 gezogen hat, den Bauern geschlagen hat, den Läufer geopfert hat. Nun kann man sich fragen, ist das alles jetzt bis zum Ende ausgerechnet? Es handelt sich hierbei um recht viele Züge. Wenn man sich auch die Matt-Idee anschaut mit Dame schlägt G4, beziehungsweise Dame auf G4 matt. Da muss man sagen, das ist wohl, glaube ich, nicht bis zum Ende ausgerechnet worden. Hier geht es in dieser Stellung ganz einfach darum, dass sich Weiß sagt, okay, mein nächstes Ziel ist, die E-Linie zu kontrollieren und auch über die achte Reihe in die Stellung von Schwarz einzudringen. Und dann könnte man sagen, schauen wir mal weiter, wie es dann so weitergeht. Aber das sind so kleine positionelle Vorteile, die sich hier der Weiße rausgearbeitet hat. Und auch wenn man das noch nicht konkret berechnet, es ist immer gut, wenn man diese Sachen, diese positionellen Vorteile hat. Meistens ist es so, dass Schachspieler immer sehr konkret sein möchten. Sie möchten immer alles durchgerechnet haben. Hier ist es so, beziehungsweise gerade bei offenen Linien, bei Reihen, bei halboffenen Linien. Hier muss man natürlich rechnen, aber vieles hängt auch davon ab, wie man eine Stellung versteht. Hier war es dem Weißen absolut klar, dass er nach Läufer schlägt, E5, in Vorteil kommen muss. Das ist die logische Konsequenz, wenn man sich kleine positionelle Vorteile verschafft. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Beispiel. Mit diesem Beispiel betreten wir auch schon den nächsten Teil dieser Folge. Und zwar geht es um Vorposten auf offenen Linien. Es handelt sich hierbei um ein, ich nenne es mal Instrument, das man auf offenen Linien verwenden kann. Und zwar geht es um Vorposten. Figuren und Bauern können als Vorposten dienen, um den eigenen Figuren den Weg ins gegnerische Lager zu ebnen. Für gewöhnlich sind diese Vorposten auf der fünften und sechsten Reihe positioniert. Also auf diesen beiden Reihen, für Weiß natürlich. Und für Schwarz sind sie auf der vierten und auf der dritten Reihe positioniert. Ein Figurenvorposten ist für gewöhnlich von einem Bauern gedeckt und kann nicht von einem gegnerischen Bauern angegriffen werden. Ein Vorposten schwächt nicht nur die gegnerische Stellung, sondern unterstützt auch einen möglichen Angriff im Zentrum und auch Flügelangriffe werden unterstützt. In der vorliegenden Stellung hat der Weiße Turm direkt auf der offenen D-Linie den Vorposten d6 besetzt. Hinter dem Vorposten plant Weiß nun eine Umgruppierung seiner Figuren, um als erstes den isolierten A-Bauern zu gewinnen. Weiß zog hier die Dame nach e3. Es ging weiter mit Turm auf a7. Springer auf d2. a3. Der Bauer wird nach vorne gezogen. c4. Greift den Läufer an. Der Läufer zieht nach a4. Und jetzt e schlägt. f6. Die Dame nimmt zurück. Und Turm schlägt a3. Das erste, was Weiß wollte, ist nun erreicht. Es ging weiter mit Turm auf e8. Der Bauer war ja doppelt angegriffen. Und jetzt h3 von Weiß gespielt. Dieser Zug unterstreicht praktisch den weißen Vorteil. Schwarz hat keinerlei Gegenspiel. Zudem ist der weiße Springer viel stärker als der schwarze Läufer. Auch wenn er hier etwas passiv zu stehen scheint, der Springer wirkt jedoch direkt hier auch ins Zentrum hinein. Ist sehr, sehr schnell im Spiel, während der schwarze Läufer relativ wenig am Rand macht. Zudem muss er auch hier auf dem Feld a4 bleiben, denn der Turm auf a7 würde hängen. Also hier ist die Stellung für Weiß wesentlich besser. Weiter ging es mit Turm auf a8. Der Turm wurde zurückgezogen. Nun ist er auch wieder gedeckt. Springer auf f3. Und Dame auf b2. Die Dame dringt nun so ein bisschen in die weiße Stellung hinein. Allerdings ist hier am Damenflügel nun wirklich gar nichts zu holen. Außer ein Turm, der aber ausreichend gedeckt ist. Springer auf e5. War die Antwort von Weiß. Und Dame auf b1 von schwarz gespielt. Gibt das Schach. Der König geht auf h2. Und Dame auf f5. Soll alles ordentlich zusammenhalten. Aber ganz skurril nach Dame auf g3 hat schwarz die Partie aufgegeben. Also wir haben wenig Abtausch gesehen. Wenig Figurengewinn. Keinen Figurengewinn in dem Sinne. Sondern rein strategisch wurden hier Züge ausgeführt. Die Stellung verbessert. Und weiß hat sich hier eine Gewinnstellung auf dem Brett zusammengebastelt. Alles hinter dem Turm d6. Also wir sehen auch so einen Vorposten. Der macht sich wirklich bezahlt. Jetzt kann man sich natürlich auch in dieser Stellung fragen. Warum hat denn schwarz überhaupt aufgegeben? Er hat doch genügend Material auf dem Brett. Und die Antwort ist relativ einfach. Und zwar hier drohen ziemlich viele Dinge. Zum einen droht hier der Turmzug nach d7. Was sehr unangenehm aussieht. Zum anderen ist natürlich auch der Bauer auf c6 doppelt angegriffen. Viel schlimmer wiegt aber wohl der Umstand, dass hier der Turm von a3 auf das Feld f3 ziehen könnte. Eine weitere Figur in den Angriff hinein koordiniert wird. Und hier sehe es für den Schwarzen wohl sehr sehr eng aus. Schauen wir uns kurz an, was passiert, wenn hier der Schwarze den Turm nach f8 zieht. Den Bauern auf f2 doppelt angreift. Das verliert direkt, denn es folgt einfach Springer auf d7, gefolgt von anschließendem Springer auf b6. Und das greift die beiden Figuren an, den Läufer und den Turm. Und das ist nicht zu halten. Wir schauen uns an, was passiert, wenn beispielsweise der Turm nach e7 zieht. Ist ja auch eine Möglichkeit. Das stoppt zwar den Turmzug nach d7. Aber nun gewinnt ganz trocken, Turm schlägt a4 die Partie. Denn, ich denke wir sehen es alle, hier droht ganz einfach ein Fast-Matt, will ich es mal nennen. Ein Damen gewinnt zumindest, denn das Schach kommt. Die Dame müsste dazwischen ziehen. Der Turm könnte nur einmal dazwischen ziehen. Also hier könnte Schwarz alles mögliche verlieren. Und wie gesagt, Turm a c8, um vielleicht den Bauern zu decken, würde beantwortet werden mit Turm auf d7. Und anschließend würde der Turm von a3 auf f3 folgen. Und die Partie wäre wirklich sehr unerträglich zu spielen für Schwarz. Das hat der Schwarze auch eingesehen und hat frühzeitig aufgegeben. Kommen wir nun zum nächsten Beispiel. In diesem Beispiel werden wir sehen, wie man einen Vorposten auf einer halboffenen Linie erfolgreich anwendet. Die Stellung stammt aus einer Partie zwischen Tarasch und Blackburn, gespielt 1890 in Manchester. Also eine ziemlich alte Partie, aber trotzdem ziemlich lehrreich. Hier zog Weiß den Springer nach d5. Und das sieht zunächst wie ein kleiner Patzer aus. Man könnte denken, dass hier der Schwarze ja einfach den Springer nehmen kann. Hier kann weder der Läufer zurücknehmen noch die Dame, denn der Läufer hängt ja hier. Aber hier kann natürlich der Läufer von Weiß einfach zwischenschlagen auf dem Feld d7. Muss man aber alles berechnen. Dann haben beide Spieler auch gemacht. Also es kam hier auch zu Springer schlägt d4. Läufer schlägt d7. Und Dame schlägt d7. Und jetzt wäre es nicht so gut, wenn hier der Schwarze meint, er könnte hier einfach auf c2 den Bauern noch krapschen. Dann würde folgen, Läufer schlägt e8. Und auf Springer schlägt a1. Und Schwarz würde sich denken, juhu, juhu, ich habe hier einen Turm. Die Qualität bekomme ich. Hier würde der Weiße nur ein bisschen schmunzeln und den Läufer zurückziehen auf das Feld b5. Der Springer hängt, hat auch kein Fluchtfeld. Und es sehe für den Schwarzen nicht ganz so gut aus. Okay, also so kam das nicht. Dame schlägt d7. Hat Blackburn mit den schwarzen Steinen auch gespielt. Dame schlägt d4. Und hier sehen wir wieder die ganz kraftvolle Diagonale, wie sie genutzt wird von dem Läufer. Und der Dame, noch ist der Springer hier zur Deckung des Feldes auf g7. Aber wir sehen schon, dass die Sache sehr, sehr brenzlig für den Schwarzen ist. Und natürlich, hier haben wir einen Vorposten auf d5. Schauen wir uns an, wie es weiterging. Läufer auf d8. Turm a auf d1. Und jetzt die Dame auf d6. Dame auf d3 wurde gezogen. Und jetzt c6. Die Geduld von Schwarz ist am Ende. Und er vertreibt den Springer von seinem Vorposten auf d5. Allerdings schwächt er hiermit auch den Bauern auf d6. Und das ist die Absicht von Weiß gewesen. c6 zu provozieren, den Angriff auf den Vorposten und dann eine Schwäche auf d6 anzugreifen. Weiter ging es mit Springer auf e3. Der kann dann natürlich nicht stehen bleiben. Und Bauer nach f6. Der Läuferzug nach f6 sieht zunächst einmal ganz okay aus. Denn er mindert ja den Druck, den der B-Läufer auf das Feld g7 ausführt. Aber hier könnte der Weiße, ich denke ihr seht es, direkt den Druck gegen den Bauern d6 erhöhen. Indem er als Antwortzug den Läufer nach a3 stellt. Also das kann Schwarz so nicht spielen. Es ging weiter mit f6. Springer auf f5 und der Druck nimmt zu. Gegen den Bauern auf d6. Läufer auf c7. Die Antwort und Turm f auf e1. Und nun sehen wir schon den Röntgenblick Richtung Dame. Turm auf d8. Sollen nochmal den Druck gegen den Bauern d6 etwas abschwächen. Aber c4 ist die Antwort von Weiß. Und der schwache Bauer auf d6. Der ist nun fixiert und es ist schwer vorstellbar, dass dieser Bauer jemals wieder einen Schritt nach vorne machen wird. Die weiße Stellung ist viel besser als die schwarze. Es ging hier weiter mit Turm auf f7. Dame auf h3. Und nun König auf h8. Ein schwerwiegender Fehler. Hier war Dame c8 absolut notwendig. König auf h8 verliert den Abtausch. Hier ist Taktik gefragt. Ich denke ihr seht es. Springer auf h6. Das wurde gezogen. Und jetzt kommt Dame schlägt h3. Und hier hat der Weiße das Schach. Gewinnt den Turm. König g8. g schlägt h3. König schlägt f7. Und nach f4 hat Weiß nach einigen Zügen seinen Vorteil in einen vollen Punkt verwerten können. Wir gehen nochmal kurz zurück. Was ist, wenn hier der Schwarzspieler nicht die Dame nimmt, sondern einfach sich sagt, okay, ich ziehe meinen Turm nach e7. Ist doch alles im Lot. Wenn jetzt der Weiße meine Dame nimmt, dann nehme ich einfach zurück. Pustekuchen geht nicht. Die Dame nimmt zwar auf e6, aber nach Turm schlägt e6. Folgt trotzdem Springer auf f7 Schach. Und wir sehen, dass hier der Turm auf e8 angegriffen ist. Also beides führt zu nichts. Und deswegen hat dann auch der Schwarze nach einigen Zügen aufgegeben. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zurück und schauen uns kurz an, wie die Stellung aussieht nach dem Springerzug auf d5. Dann wird hier abgetauscht. So steht das. Und der Läufer zurückgezogen. Und wer aufmerksam aufgepasst hat, der sollte bemerkt haben, dass hier eigentlich dieser Springer auf d5 kein wirklicher Vorposten ist. Denn wenn man es genau nimmt, sind die Felder d5 und auch f5 keine Vorpostenfelder. Da der Springer mittels c7 auf c6 vertrieben werden kann. Und wir haben ja vorher gelernt, dass ein Vorposten immer aus einer Figur oder einem Bauern besteht, der nicht vertrieben werden kann durch einen gegnerischen Bauern. Und das ist auch richtig so. Nur hier ist jedoch das Prinzip des Vorpostens angewendet worden, um c7 auf c6 zu provozieren und anschließend eine Schwäche auf d6 zu erzeugen. Also ein echter Vorposten kann normalerweise nicht vertrieben werden durch Bauern. Das Prinzip des Vorpostens kann aber, und das sehen wir, trotzdem angewendet werden, um Schwächen zu provozieren. Das ist sehr wichtig, dass wir das wissen, denn ich habe es in einigen Partien und auch von meinen Schülern ein paar Mal schon gehört, die sagen dann gleich immer, Moment, das ist doch gar kein Vorposten, warum soll ich da jetzt meinen Springer hinstellen? Und rein oberflächlich kann man natürlich den Gedankengang verstehen, aber man muss als Schachspieler auch immer ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, wenn es einen guten Grund gibt, einen Springer auf ein Feld zu stellen, was wie ein Vorposten aussieht, aber keiner ist, weil der Bauer vorgezogen werden kann. Da muss man sich überlegen, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Und darauf kommt es im Schach an. Also es ist nicht so, dass man nur Vorpostenfelder belegen sollte, wenn diese geschützt sind und nicht angegriffen werden können von Bauern, sondern es macht immer dann Sinn, wenn es einen Plan gibt. Und der Plan war hier recht einfach. Es war die Schwäche auf die 6 zu erzeugen. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Beispiel. In der folgenden Stellung zeigte Jan Timmern 1993 gegen keinen Geringeren als Kapow seine Weltklasse und zog, ich denke hier kann man schon ein bisschen Taktik sehen, ja, er zog den Springer nach E5. Und solche Züge, ich denke die Taktik sieht man, es droht hier nach D schlägt E5, also der Springer sollte nicht genommen werden. Es droht hier einfach das Damenschach auf D4. Gefolgt von König H1 und Dame schlägt B4 und nach F schlägt E4 Turm C auf D8. Das ist die Drohung und Schwarz steht hier absolut gut. Und das sind auch diese Dinge, die man eigentlich am Schachbrett sieht und die auch wir sehen. Wir sind zwar keine Weltklasse-Spiele, aber so eine einfache Taktik wie Springer auf E5, die sehen auch wir. Aber die Idee dieses Springer auf E5-Zuges ist nicht irgendwie die Taktik, jetzt möchte ich diesen Läufer gewinnen, wenn er hier nimmt, sondern hier muss man natürlich auch berechnen, was passiert denn, wenn der Gegner diesen Springer nicht nimmt. Und genau das ist es, denn ich glaube Timmern wusste genau, dass Kapow diese kleine Taktik hier sieht und hat sich keine Gedanken oder keine Hoffnung gemacht, dass Kapow überhaupt diesen Springer nehmen wird. Kapow hat hier auch den Läufer direkt zurückgezogen und das alles musste man berechnen, beziehungsweise musste man auch ein bisschen fühlen. Man muss die Stellung einfach richtig einschätzen. Und hier hat dann nach dem Läuferrückzug, da funktioniert das mit dem Schach auf dem Feld D4 natürlich nicht mehr, hier hat dann Timmern den Springer auf das Feld D3 gesetzt und einen absolut starken Vorposten auf dem Feld D3 besetzt. Und das ist diesmal auch ein richtiger Vorposten, denn er kann von keinem Bauern vertrieben werden. Und es gibt so eine kleine Regel, die besagt, dass wenn ein Springer ein Vorpostenfeld auf der dritten Reihe besetzt hat, dieser Springer in den meisten Fällen fast so viel, oder ich würde sagen, genauso viel wert ist wie ein Turm. Und das hat auch Kapow gewusst und hat hier einfach den Bauern rausgenommen auf E4. Wenn er hier den Turm einfach wegziehen würde und sich sagen würde, nee, den Turm will ich behalten, weil ein Turm ist ja mehr wert als ein Springer, dann würde Läufer auf F6 mit gewonnener Stellung für Schwarz folgen. Also diese Stellung hier, die ist absolut gewonnen für Schwarz. Hier droht ja nun wirklich alles zusammenzubrechen. Die Diagonale des Läufers ist wieder sehr stark. Also das kann Kapow so nicht spielen, aber Kapow, der weiß das alles. Der weiß, wie stark so ein Springer auf dem Feld D3 ist und hat den Turm stehen lassen und stattdessen den Bauern auf E4 genommen. Jan Timmern wusste natürlich auch, dass dieser Vorposten auf D3 natürlich nicht von langer Dauer sein wird, denn wir sehen es, hier könnte der Schwarze zwar den Bauern nehmen, aber dann würde der einfach zurückgenommen werden in irgendeiner Form und der Vorposten ist dahin. Hier hat aber Timmern direkt den Turm auf E1 genommen. Die Dame nimmt zurück und jetzt sieht die Sache für weiß eigentlich wieder ganz okay aus. Auf den ersten Blick sagt man sich, okay, er ist hier direkt auf der E-Linie. Er kann die E-Linie auch öffnen. Sieht doch alles gar nicht mal so schlecht aus. Das sind so Stellungen, die wir alle schon mal auf dem Brett hatten und wo wir uns fragen, wie können wir hier weitermachen. Und Timmern hat den richtigen Zug gefunden. Hier ist es wichtig, dass das Zentrum von Weiß zerstört wird und Timmern hat den richtigen Zug gefunden. E5, diesem Zug kann man wirklich ein Ausrufezeichen geben, das zerstört das Zentrum. Hier kann der Weiße zwar den Bauern nehmen, aber dann folgt ganz einfach das Schach. Wir schauen uns das mal kurz an. Die schlägt E5, der Läufer gibt das Schach und nach König H1 zieht der Schwarze den Bauern nach F4 und greift hier, wir sehen es, mit der D-Linie, die er im Besitz hat, mit der F-Linie, die er im Besitz hat und mit dem Läuferpaar greift er wirklich an. Also das ist eine tolle Stellung für Schwarz. Das wusste Timmern auch und das wusste auch Karpov. Er hat hier den Springer nach F3 gezogen und jetzt E schlägt D4, Läufer schlägt D4, F schlägt E4. Das Zentrum von Weiß ist damit Geschichte. Die Dame nimmt zurück Läufer auf F6. Schwarz hat nichts dagegen, diesen doch gut platzierten Läufer abzutauschen. Er hat ja hier immer noch diesen Läufer auf A6, der die Diagonale bis F1 beherrscht. Turm auf E1 war die Antwort von Weiß und jetzt Turm auf E8 greift die Dame an und hier muss man dann doch ein bisschen rechnen. In der Partie, da folgte dann auch Läufer schlägt F6. Das direkte Nehmen auf E8, das bringt dem Weißen kein Glück. Hier nimmt die Dame zurück. Der Turm gibt das Schach, nimmt auch die Dame. Turm E8 und jetzt Läufer F6, G schlägt F6. Es sieht so aus, als ob dann der Weiße doch noch alles im Lot hat, aber nach Springer auf D4 folgt das Schach auf E1 und König F2, ja, dann folgt Turm auf D1 sehr stark. Der Bauer, der wird gerne geopfert, nimmt weiß diesen raus, dann folgt einfach Turm auf D2 Schach. Der König geht nach G1 und hier wieder Taktik. Ich denke, ihr seht es. Turm schlägt G2 und König schlägt G2 Läufer. B7 beendet den Tag von Weiß. Also das ist auch ein typisches Motiv. Das sieht man in Anfängerpartien nicht allzu häufig, muss ich sagen. Aber wenn man dann mal so, ich sag mal 1800, 1900, 2000 sieht, dann sieht man dieses Motiv recht häufig. Hier wird, gerade auch in Blitzpartien ist das ein beliebtes Motiv, hier wird der Springer im Prinzip auf die Diagonale des Läufers gelockt und anschließend der Turm gegen den Läufer geopfert, um dann die Fesselung des Springers zu verursachen und die Partie zu gewinnen. Also das ist so ein taktisches Motiv, das man mit Taktikprogrammen lernen kann und ich denke, das kommt hier wirklich gut zur Anwendung. Aber okay, so kam es in der Partie nicht. Wie gesagt, das direkte Schlagen mit der Dame auf E8 bringt dem Weißen recht wenig. Hier hat er zunächst den Läufer auf F6 geschlagen. Turm schlägt E4, die Dame ist nun weg, aber auch der Weiße kann natürlich auf D8 die Dame schlagen. Jetzt kommt aber das Schach auf E1, der Springer nimmt zurück und der Turm nimmt natürlich den Läufer auf D8 raus. Läufer schlägt C6. An für sich könnte man ja meinen, dass hier der Weiße noch gute Chancen hat, sich ins Remis zu flüchten. Immerhin, er hat ja noch ein Leichtfigurenpaar und ganz, ganz viele Bauern. Also zwei Bauern mehr als Schwarz. Aber die Partie, kann man sagen, hat ein Endspiel erreicht, in welchem Weiß eben nicht genug Kompensation für den Abtausch hat. Der Gewinn von Schwarz ist hier wirklich nur eine Frage der Technik. Wir schauen uns mal an, wie es weiterging. Zunächst einmal Turm auf D1, das fesselt den Springer und greift ihn gleichzeitig an. König F2, Turm auf D2 Schach, König F3 und jetzt hat Schwarz die Qual der Wahl. Er nimmt zunächst den Bauern auf A2 raus und jetzt H4. Der Bauer war ja angegriffen und hier sehen wir auch schon die Probleme, die Weiß hat. Es ist für Weiß ziemlich schwer, alle schwachen Bauern zu decken und gleichzeitig seine Figuren ordentlich zu koordinieren. Also ein Springer und ein Läufer, will man hier noch irgendwas reißen, dann müssen diese beiden Figuren auch zusammenarbeiten. Der Springer hat hier relativ wenig Felder, auf denen er irgendwie nützlich arbeiten kann. Aber gut, es ging natürlich weiter. Karpov hat noch gekämpft. König F7 hat Timmern gespielt. König F4, König E7. Springer auf F3, nun ist der Springer dann doch wieder in die Partie gekommen. Turm auf F2, fesselt diesen Springer auch so dann. Und H5, Karpov, der will natürlich nach vorne. Das ist die einzige Richtung, die er kennt. Läufer auf E2, das greift den gefesselten Springer nochmals an. Aber die Idee von Schwarz ist natürlich hier nicht, irgendwie alles abzutauschen. Das wäre fatal, denn dann würde der Weiße mit einem Mehrbauern, mit einem Freibauern auf dem Brett bleiben. König E3 wurde gespielt, greift den Turm an. Und jetzt wird aber getauscht. Läufer schlägt Springer. Und wir sehen, hier kann der König natürlich nicht einfach den Turm nehmen. Der Läufer hängt ja auch und das würde direkt zum Sieg führen. Läufer schlägt F3, wurde zunächst gespielt. Und Turm auf B2 greift wieder einen schwachen Bauern an. Und Weiß versucht diesen noch mittels Läufer D5 zu decken. Aber Turm auf C2 greift den nächsten Bauern an. Die König D4 wurde hier gespielt von Karpov. Auch er versucht natürlich hier zu machen, was zu machen ist. Er deckt diesen Bauern ab. Auf Läufer C4 sei angemerkt, dass hier zwar der Weg des Turms in Richtung Bauern zwar versperrt ist, aber, und jetzt kommt es, hier könnte Timmern einfach den Turm opfern. Die Qualität opfern gegen den Läufer nimmt der Bauer zurück. Haben wir ein gewonnenes Bauernendspiel. Und ich glaube, ich habe es auch schon in einem anderen Video gezeigt, der entfernte Freibauer gewinnt. Und das hat hier der Schwarze auf dem Brett, den entfernten Freibauern. Einfach mal ein bisschen googeln, dann findet ihr diese Endspiel-Lektion. Wir gehen zurück. König auf D4 wurde von Karpov gezogen. Und jetzt Turm auf H2. Der nächste Bauer wird angegriffen. Also Karpov wird hier nicht in Ruhe gelassen. G4 deckt diesen Bauern nochmal ab. Das ist auch möglich, hier den Läufer nach F3 zu ziehen. Aber nach Turm H3 hängt dann der Bauer auf G3. Kann ich ziehen wegen dem Läufer auf F3. Also hier ist alles am seidenen Faden und der wird auf jeden Fall bald reißen. G4 wurde wie gesagt gespielt. Turm H3. Ja, es geht immer weiter. König E5. Man könnte denken, dass hier Karpov alles im Griff hat. Der König ist in der Opposition zum König auf E7. Und es ist Karpov, der ja hier eigentlich Druck macht. Aber die Sache endet dann auch schon in wenigen Zügen. Schwarz gibt hier einfach Schach. Der König geht nach F4. Turm auf C3 greift den Bauern nochmals an. Und wie gesagt, das Dazwischenziehen des Läufers funktioniert nicht. Schwarz könnte einfach dem Turm die Qualität opfern. C6. Jetzt zieht der Bauer voran. Irgendwie muss er den ja decken. Und das war ja nun nicht mehr möglich mit dem König. Der ist zu weit weg. König D6 ist die Antwort von Schwarz. Läufer auf G8. Wie du mir, so ich dir. Ich greife den Bauern auf H7 an. Aber hier hat auch Timmern gesehen, dass der Bauer hängt und den Bauern nach H6 gezogen. Lässt Karpov keine Chance. König auf F5 ist noch ein Versuch, hier irgendwie in die Stellung reinzukommen. Doch noch Ärger zu machen und mit den Bauern nach vorne zu ziehen. Aber Turm schlägt E6. Timmern lässt sich nicht beirren. Nimmt den Bauern einfach raus. Und nach König G6 folgt einfach König auf E5 mit Schach. Der König nimmt den Bauern auf G7. Aber nach König F4 ist die Partie nun wirklich aus. Und das hat auch Karpov eingesehen und hat aufgegeben. Der Bauer auf H6 ist natürlich gedeckt. Und der Schwarze, der kann nun ganz gemütlich die Bauern abholen. Das hat Timmern wirklich gut gespielt. Kann man nicht anders sagen. Angefangen vom Springerzug nach E5. Der, wie gesagt, nicht nur das taktische Motiv im Auge hatte. Wenn der Springer genommen wird, dann gewinne ich mittels des Schachs auf D4 den Läufer. Mit besserer Stellung. Nein, hier musste der gute Zimmer natürlich auch wissen, dass ein Springer auf D3 einfach nur gut steht. An Wert gewinnt und so viel Wert ist wie ein Turm. Und natürlich hat er dann auch ganz kraftvoll das Zentrum von Weiß zerstört und die offenen Linien genutzt. Gut, kommen wir direkt zum nächsten Beispiel. Und mit diesem Beispiel kommen wir auch schon zum nächsten Thema innerhalb dieser Folge. Und zwar dreht es sich um die siebte Reihe und um die zweite Reihe im Fall von Schwarz. Wir haben also bisher kennengelernt die halboffene Linie, die offene Linie, die langen Diagonalen, wie man Vorpostenfelder richtig besetzt. Und jetzt kommen wir noch direkt zu dem Thema siebte Reihe und zweite Reihe. Und dazu kann man sagen, dass die Schwerfiguren, also die Dame und der Turm, auf offenen Linien die größte Aktivität besitzen. Das ist soweit klar. Sie sind dort oft in der Lage, das gegnerische Lager zu erobern. Also gerade die offenen Linien sind richtige Autobahnen in die gegnerische Stellung. Besonders ein Eindringen auf der siebten und achten Reihe ist effektiv, da sich dort für gewöhnlich neben den Bauern auch der König befindet. Also es ist vollkommen klar, wenn wir eine offene Linie haben, dann wollen wir entweder auf die siebte Reihe mit Weiß oder auf die achte Reihe oder auf die zweite Reihe oder die erste Reihe mit Schwarz. Also das ist ganz einfach zu verstehen. Denn wie gesagt, hier befindet sich meistens der König und hier befinden sich natürlich auch die Bauern. In der Partie Vasiliev gegen Silberstein 1993 zog Schwarz hier in dieser Stellung am Zug den Bauern nach A5. Und das ist natürlich für uns mittlerweile recht einfach zu verstehen. Schwarz möchte die halboffene Linie in Beschlag nehmen. Für seinen Turm und der Weiße ist hier praktisch schon gezwungen, den Bauern nach A3 zu ziehen. Denn würde Weiß es zulassen, dass hier der Schwarz zum Zug kommt und den Bauern auf A4 nimmt, dann hätte nach C schlägt B4 der Schwarze einen gedeckten Freibauern erhalten. Und das ist wirklich absolut kritisch für Weiß. Gleichzeitig ist hier die halboffene Linie für Schwarz sehr, sehr angenehm. Hier kann kein Turm in die Gegenrichtung wirken, also in Richtung Schwarzes Lager. Das sehen wir hier. Das geht nicht, wenn hier so ein Bauer ist. Und deswegen war es für den Weißen absolut der Pflichtzug, den Bauern nach A3 zu ziehen. Weiter ging es mit Turm auf A6. Schwarz plant nun, seine Schwerfiguren auf der A-Linie zu platzieren und anschließend mittels Bauer schlägt Bauer die A-Linie zu öffnen. Und das wäre zu seinem Vorteil. Also wir sehen hier, hier möchte er einfach alles, was geht, ja, vielleicht die Dame auch auf der A-Linie platzieren und damit vorteilhaft die Linie öffnen. Springer auf E2 wurde von Weiß gezogen. Turm A auf F8 und jetzt Turm A auf B1. Weiß bleibt im Prinzip nichts anderes übrig, als die A-Linie aufzugeben. A schlägt B4, A schlägt B4 und nun sehen wir auch direkt, dass der Schwarze die A-Linie komplett in seiner Hand hat. Turm auf A3 ist ein ganz wichtiger Zug. Ich denke, einige von uns hätten auch gerne den Turm auf die zweite Reihe geschoben, was auch sehr, sehr kraftvoll aussieht. Aber hier hat der Weiße dann als Antwortzug den Turmzug nach B2 und es ist nicht mehr ganz so einfach, für den Schwarzen hier Kapital rauszuschlagen. Er möchte ja im Besitz der A-Linie bleiben und Turm auf A3, also auf dieses Feld hier, ist da wesentlich prickelnder, denn es greift ja auch den Bauern auf C3 an und ihm gehört, wie gesagt, weiterhin die A-Linie. Springer auf G3 ist ein Versuch, diesen sehr schmerzvollen Springer auf E4, also für Weiß schmerzvollen Springer abzutauschen. Aber das ignoriert der Schwarze einfach. Er geht nun hin und spielt den Turm auf A4 und das ist wirklich absolut kraftvoll, denn der Schwarze plant nun mittels Dame auf A7 eine Invasion über die A-Linie am Damenflügel und will nun definitiv die zweite Reihe besetzen. Und wir sehen natürlich auch die wunderbare Diagonale vom Feld A7 aus. Die Dame entfaltet hier auf diesem Feld A7 ihre komplette Kraft. Also hier benutzt Silberstein wirklich alles, was die Figuren hergeben können. Springer schlägt E4, wurde gezogen und nun D schlägt E4. Und nun, um das mal wirklich visuell zusammenzufassen, besitzt Schwarz auch noch die offene D-Linie. Also neben der A-Linie, die er schon besitzt, besitzt er jetzt auch noch die offene D-Linie und hat, ganz wichtig, das Feld D3 unter absoluter Kontrolle. Also das sind positionelle Vorteile und das ist das, was man als Anfänger manchmal nicht so richtig versteht. Meistens zählt man nur die Figuren, sagt sich, okay, ist doch alles ausgeglichen, die Bauern sind gleich, jeder hat einen Turm oder zwei Türme, Läufer sind auch vorhanden. Aber hier muss man wirklich einfach alle strategischen Punkte, die man gelernt hat, muss man in eine Schale werfen und zusammenfassen. Und hier sieht man auch, dass dieser Läufer auf D2 einfach nur schlecht steht. Der hat nur verteidigende Aufgaben, steht hier praktisch wie ein Bauer. Aber das Thema hatten wir ja in einer anderen Folge von der Schachstrategie behandelt. Hier dreht sich alles um offene Linien und Diagonalen und Vorpostenfelder und das Besetzen der zweiten Reihe in diesem Fall, beziehungsweise ersten Reihe. Okay, weiter ging es mit dem Turmzug nach F2 und jetzt wieder ganz kraftvoll von Schwarz gespielt. Dame auf D3. Die Dame zu nehmen wäre für den Weißen ein direktes Eingeständnis in die Niederlage, denn dann würde der Schwarze einen gedeckten Freibauern erhalten. Wäre nicht so gut. Dame C1 wurde auch gespielt. Und jetzt Turm auf A2. Die Schwarzen Türme beginnen mit der Besetzung der zweiten Reihe. Der Schwarz hat hier bereits entscheidenden Vorteil. Dame auf E1 und jetzt Turm auf C2. Der Turm macht Platz für den nächsten Eindringling. Turm auf D1 war die Antwort und nun Turm A auf A2. Nachdem nun auch der zweite Turm auf der zweiten Reihe platziert wurde, dominiert Schwarz die Stellung. Er gewinnt sehr, sehr schnell nach G3. Und jetzt Läufer auf D8. Der Läufer war ja nun nicht wirklich im Spiel, hat aber nun die Option über das Feld B6 direkt ins Spiel gebracht zu werden. Also hier stehen die schwarzen Figuren wirklich optimal. Läufer auf C1 greift nochmal die Dame an, aber nach Turm schlägt F2, bringt dem Weißen das überhaupt nichts. Er nimmt zwar noch hier die Dame raus, aber Turm G2 Schach, König F1 beendet den Tag nach E schlägt G3. Und hier gab Weiß auf, denn die schwarzen Türme beherrschen die Stellung. Und Weiß hat hier überhaupt nichts mehr zu melden. Also hier steht Weiß komplett auf Verlust. Gehen wir nochmals den Gewinnplan von Weiß durch. Also zunächst erzeugt Schwarz Spannung mittels des Zuges A5. Sehen wir hier. Hier wird direkt Spannung erzeugt. Schwarz zieht den Zug A5. Es folgt anschließend die Verdopplung der Türme auf der A-Linie. Das können wir hier nochmal sehen. Das ist der Gewinnplan. Die Verdopplung der Türme auf der A-Linie. Die A-Linie wird geöffnet und unter Kontrolle gebracht. Und als nächstes besetzt die Dame das Vorpostenfeld auf D3. Also hier haben wir auch wieder den Vorposten, der nicht angegriffen werden kann durch irgendeinen Bauern. Und anschließend wird die zweite Reihe angegriffen von Schwarz. Schwarz dringt über die zweite Reihe in die Stellung von Weiß ein. Ja und die Türme werden anschließend auf der zweiten Reihe verdoppelt. Also das sind alles die Schritte, die hier der Schwarze ganz aus dem FF vorbereitet hat und spielt. Und genau das ist das, wie wir in unseren Partien vorgehen sollten. Also wir sollten uns eventuell dieses Motiv ein paar Mal anschauen. Ich kann versprechen, ihr werdet wirklich sehr, sehr viele Partien finden, auch auf gehobenem Level, wo ihr dieses Schema, diesen Ablauf einfach findet, in dem eine Linie zunächst unter Spannung gesetzt wird. Dann werden die Figuren auf diese Linie gesetzt, die Schwerfiguren und anschließend wird die Linie geöffnet. Anschließend wird in die gegnerische Stellung eingedrungen und dann die Partie gewonnen. Also dieses Konzept sollte man auf jeden Fall kennen und auch anwenden können in Partien. Und ich denke, das hat hier Silberstein mit den schwarzen Steinen sehr gut gezeigt. Anmerken möchte ich noch, dass das Eindringen der Dame auf der siebten Reihe immer sehr effektiv sein kann. Und das werden wir im nächsten Beispiel sehen. Bereits 1993 traf Gelfand in Biel mit den weißen Steinen auf Arnand und zog hier den absolut starken Zug, Dame schlägt D7. Und der weiße, also Gelfand, betritt damit die siebte Reihe von Schwarz. Das sieht momentan etwas unspektakulär aus, da sie recht alleine hier ist auf der siebten Reihe. Aber wir dürfen nicht vergessen, hier hat natürlich auch ein Doppelangriff gegen den Läufer. Auf B7 die Folge. Schwarz hat hier natürlich nicht einfach mal so eben eine Figur eingestellt, sondern hat hier auch die Möglichkeit, direkt die Figur natürlich auch zurückzugewinnen. Das wissen beide Spieler. Aber es ist immer die Frage, wie sieht danach die Stellung aus? Hier folgt auch Turm F auf D8, aber nun wirklich von Gelfand sagenhaft gut gespielt. Läufer schlägt H7 Schach. Aus dem Nichts ein Schach, ein Läuferopfer. Hier ist ja nun wirklich gar keine Figur, die dieses Läuferopfer vielleicht rechtfertigen könnte. Kein Springer, der hier einfach mal in Schach gezogen werden könnte oder ein Matt droht. Also dieses Läuferopfer, das muss schon A richtig berechnet werden und B muss man natürlich auch damit rechnen, welche Figuren kommen denn dann zum Angriff. Aber das sehen wir gleich. Hier hat Arnand auch den Läufer einfach rausgenommen. Besser war es wohl, den König einfach nach F8 zu ziehen und Schwarz würde den Minusbauern mit Figurenaktivität kompensieren können. Also der Minusbauer, den Schwarz hier hat, der ist nicht ganz so tragisch. Aber Arnand wollte mehr, er wollte den Läufer und jetzt Dame schlägt F7. Es ist wirklich erstaunlich oder ja erstaunlich vielleicht nicht das richtige Wort. Es ist beachtenswert, wie genau doch diese Spieler diese klassische Schule des Schachs beherrschen und genau wissen, wie stark eine Dame oder ein Turm auf der siebten Reihe ist. Hier hat Gelfand praktisch mit der Dame weiter gewütet auf der siebten Reihe und Arnand, der hat hier den Springer auf D2 genommen. War sich seiner Sache ziemlich sicher, ist aber wenig hilfreich, hier diesen Springer zu nehmen. Zwar besetzt auch Schwarz hier die zweite Reihe, aber nicht mit der Effizienz, die es benötigt, um hier Ärger zu machen. Ebenfalls nutzlos wäre die Idee, die man hier haben könnte, Läufer schlägt G2. Wenn der König hier rausnimmt, dann könnte der Schwarze hier einen Schach geben auf G5. König A1 wäre die Folge und nach Turm schlägt D2. Sieht es so aus, als ob dann doch Schwarz einen Angriff initiieren könnte. Turm auf G1, Dame auf D5 Schach, F3, hier wird einfach der Bauer dazwischen gezogen, er ist ja gedeckt von der Dame. Dame E5 könnte folgen, Turm auf G3, wir dürfen nicht vergessen, dass hier natürlich auch Matt droht vom Weißen. Der Turm könnte sich hier opfern, König schlägt H2 und nach Dame schlägt B2 Schach. Sieht alles richtig gut aus für den Schwarzen, er hält hier alles, hat alles im Griff, aber der König zieht einfach nach H3 und nach Dame schlägt A1, folgt unglaublich stark der Königszug nach G4. Und die Partie sollte für den Schwarzen damit auch gelaufen sein. Ich denke, es ist klar, was hier droht. Turm auf H3 beendet alles. Das geht so nicht und ich bin mir auch ziemlich sicher, diese beiden Ausnahmespieler haben das auch berechnet. Dame G5 ist aber nicht der Zug, den hier Schwarz ziehen muss. Er könnte auch direkt den Turm nach D2 ziehen, den Springer schlagen, aber auch hier würde dann Weiß in Vorteil kommen. Dame schlägt E6, Turm auf B6, nun kommen alle schwarzen Figuren in den Angriff. Die Dame gibt einen Schach, der Turm zieht dazwischen, gibt selbst einen Schach und nach König H1 hat Weiß alles im Griff. Also hier kann der Schwarze nichts gewinnen. Und wie gesagt, das denke ich, wir haben beide auch gesehen. Hier hat dann Arnand direkt den Springer genommen. Ist wohl das kleinere Übel, aber hilft auch nicht, denn nun folgt Turm auf A4. Ein typisches Motiv, hier einfach über die vierte Reihe in die Partie zu kommen und ganz übel matt zu drohen. Dame G5 soll das verhindern, aber jetzt G3. Und dieser G3-Zug, das ist nicht nur ein Verteidigungszug, sondern er droht auch noch Turm auf H4. Die Drohung wurde wieder erneuert. Ist interessant, also wie gesagt, es drohte ja das Matt auf G2 und mittels des Zuges G2, G3. Weiß weist die Drohung ab und stellt selbst eine Drohung auf. Turm auf H4 ist die Drohung. E5 hat hier dann noch der gute Arnand gezogen. Aber Turm auf H4 Schach, das folgt trotzdem, ließe sich auch nicht mehr irgendwie verhindern. Der König, wie gesagt, ist im Bedrängnis. Das hat Arnand in Kauf genommen und jetzt folgte Dame schlägt H4, G schlägt H4 und Weiß hat nun wirklich entscheidenden Materialvorteil. Aber muss trotzdem vorsichtig sein und Last-Minute-Tricks von Schwarz beachten. Also hier könnte Schwarz noch ein bisschen tricksen. Wir schauen es uns an. Arnand hat ja noch ein paar Sachen probiert. Turm auf D6. Ist ganz klar, er möchte hier das Schach geben und seine lange Diagonale mit dem Läufer nutzen. Das sieht gefährlich aus. H5 ist die Antwort von Weiß. Läufer auf E4. Dame auf E7 greift den Turm an. Und jetzt Turm auf B6. Das deckt den Turm. Aber Gelfand, der war sich seiner Sache absolut sicher. Dame schlägt E5. Ist er nun in die Falle reingetappt? Man könnte meinen, er ist in die Falle reingetappt. Denn es droht ja nun wirklich Turm auf D6 Schach. Und wenn der Bauer nimmt, kommt dieses Schach. Ja, und dann wohin mit dem König? Wir schauen es uns an. Turm auf G6 ist die Drohung. H schlägt G6, Turm schlägt G6. Aber jetzt hat der Weiße natürlich noch den Damenzug nach G3. Und wenn hier der Turm die Dame nimmt und der Bauer nimmt zurück, dann hat Weiß nicht nur mehr Bauern, sondern auch die Qualität mehr. Diese Partie ist für Schwarz nicht zu halten. So kam es aber auch nicht in der Partie. Hier kam noch Turm auf E6. Greift die Dame an. Aber nach Dame auf F4 hat Schwarz die Partie aufgegeben. Also die Hoffnung war vielleicht noch, dass der Weiße vielleicht die Dame irgendwo anders hinzieht. Im Prinzip die Deckungsdiagonale verlässt. Würde die Dame, wie gesagt, woanders hinziehen. Zum Beispiel auf das Feld C3. Dann macht dieses Scheinturmopfer schon mehr Sinn. Und Weiß hätte keine Dame, um was dazwischen zu ziehen. Weiß würde einfach matt gehen. Aber auf dem Niveau haben das alle gesehen. Und ich denke auch hier sehen wir wieder, wie kraftvoll Gelfand mit den Weißensteinen auf der siebten Reihe gewütet hat. Wie er genau wusste, die Stellung einzuschätzen. Wie er offene Linien kraftvoll nutzte. Eine wirklich schöne Partie, die uns in jedem Fall inspiriert. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Beispiel dieser Folge. Zum letzten Lehrbeispiel. In der Partie Wokach gegen Van der Ville in Dortmund gespielt 1989 waren nach dem 26. Zug alle weißen Figuren aktiv platziert. Also wir sehen, dass hier die Dame aktiv ist. Der Turm, die beiden Läufer. Hier ist wirklich jede Figur von Weiß aktiv. Die größte Gefahr für Schwarz ging jedoch von der weißen Aktivität auf der siebten Reihe aus. Also hier wieder die siebte Reihe, die unter Beschlag genommen wurde. Hier sehen wir, kam der Turm direkt in die siebte Reihe. Und aus diesem Grund, weil Weiß auch wirklich wusste, wie man die siebte Reihe aktiv nutzen kann, kam es hier zum Zug Läufer schlägt E6. Also hier muss man schon sehr, sehr viel Fachwissen haben, Schachwissen haben, um so einen Zug auch nur in Erwägung zu ziehen. Aber dieses Läuferopfer ist die logische Konsequenz einer besetzten siebten Reihe. Denn dieses Läuferopfer, sofern es denn angenommen wird, legt die siebte Reihe für den weißen Angriff komplett frei. In der Partie folgte Läufer schlägt E2. Wir schauen uns an, was passiert wäre, wenn nun der Schwarze dieses Läuferopfer angenommen hätte. Dann folgt Dame auf E7. Und ich glaube, hier ist vollkommen klar, dass der Schwarze auf Verlust steht. Und Dame B2 könnte noch folgen, aber Dame schlägt E6. Ich denke, jeder sieht, dass hier die Dame den Läufer deckt. Das Schach mittels Dame E6 bringt auch den Erfolg. Der König zieht auf H8. Der Turm nimmt jetzt einfach hier diesen Läufer raus. Ich denke, Sie sehen das. Die Dame nimmt zurück und der Läufer würde dann einfach die Dame gewinnen. Denn Läufer schlägt E2 hier könnte Schwarz einfach weitermachen. Aber Turm auf G8 Schach, das beendet nun wirklich den Tag. Denn Turm schlägt G8 würde zur Folge haben, dass Läufer E5 dann doch die Dame gewinnt. Also das ist ein ganz, ganz typisches Motiv. Wir gehen nochmal zurück. Läufer schlägt E6. Die Reihe wird freigemacht, geöffnet für einen Angriff von Weiß. Und das sollten wir uns als Motiv auf jeden Fall merken. Schwarz hat aber nicht den Läufer genommen. Er hat hier Läufer schlägt E2 gespielt. Und jetzt, man kann es kaum glauben, Dame schlägt F8. Einfach, unfassbar. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dieses Damenopfer, hier war sich Weiß seiner Sache absolut sicher. Ein wirklich wunderschönes Damenopfer. Genau zum richtigen Zeitpunkt ausgeführt. Ja, der Weiße, der kennt sich mit Schach richtig aus. Der weiß, wie stark die Beherrschung der siebten Reihe ist. Und seine beiden Läufer werden dann wohl den Rest machen. König schlägt F8. Das wollte sich der Schwarzspieler dann doch zeigen lassen. Läufer schlägt F8. Wäre eine Möglichkeit, aber das bringt auch nicht viel. Läufer schlägt F7 Schach. Der König, wenn er nach H8 geht, würde sich dem Läuferzug nach E5 Schach ausgesetzt fühlen. Läufer G7 wäre die Antwort, aber Turm auf C8 beendet die Partie. Wie gesagt, nimmt der König auf F8 raus. Dann folgt das Läufer Schach auf D6. Der König geht nach G8. Ich denke, ihr seht es. König auf E8 bringt nichts, außer das Mat auf C8. Deswegen wurde König G8 in der Partie. Und hier Läufer schlägt F7. Der König muss noch weiter weg. Und jetzt kommt Turm auf C8 Schach. Läufer F8 wurde noch dazwischen gezogen. Und wer jetzt dachte, dass hier der Weiße einfach nur ein bisschen Material gewinnen will, der irrt. Hier wird der Schwarze einfach matt gesetzt mittels Läufer auf E5. Hier haben wir zum Abschluss nochmal alle Elemente unseres Themas in Aktion gesehen. Also dieses letzte Beispiel soll nochmal zeigen, wie kraftvoll das Beherrschen der 7. Reihe in Verbindung von Diagonalen ist, dass man sogar eine Dame opfern kann, um die 7. bzw. 8. Reihe zu beherrschen und den König anzugreifen. Wie gewohnt folgen nun noch ein paar Aufgaben des Themas zum Selbstlösen. Die Auflösung erfolgt dann in Folge 9 der Reihe Schachstrategie. Das Thema kann ich auch schon verraten. Es wird sein schwache und starke Felder. Wann ich das Video aufnehmen werde, kann ich noch nicht so genau sagen. Aber ich denke mal, es wird nicht so lange dauern wie beim letzten Mal. Gut, dann schauen wir uns die Aufgaben an, die ich für euch vorbereitet habe. Das ist die erste Aufgabe. Also ihr könnt natürlich hingehen und Pause drücken, euch den Kopf zerbrechen über diese Aufgabe. Bei allen Aufgaben, die folgen, kann ich schon sagen, es ist immer weiß am Zug. So auch hier bei der ersten Aufgabe und die Aufgabenstellung lautet, verwende die offenen Linien, um den König anzugreifen und Materialvorteil zu erhalten. Das ist die Aufgabenstellung, die man hier hat mit weiß. Und da kommen wir auch schon zur nächsten Aufgabe. Hier die Aufgabe 2, die Aufgabenstellung, wie der weiß am Zug lautet, der weiße Turm ist auf der siebten Reihe. Aber wie kann weiß diesen Vorteil ausnutzen? Finde mindestens die drei besten Züge. Das ist die Aufgabenstellung und damit kommen wir auch schon zur nächsten Aufgabe. Hier ist die Aufgabe Nummer 3, auch wieder sehr interessant. Diesmal ist es eine Multiple-Choice-Frage. Welcher Zug ist für weiß besser? Entweder Turm schlägt den Bauern auf B7 oder ist der Zug C5 dann vielleicht doch besser? Diese beiden Züge stehen zur Wahl und mich würde interessieren, was ihr zu beiden Zügen sagt. Also ich möchte nicht hören, ja der Zug B7, also Turm schlägt B7, ist besser ohne Begründung. Also es wäre schon recht nett, wenn ich dann auch eine Begründung bekommen würde. Und vielleicht, wenn ein Zug der beiden nicht so gut ist, dann wäre es auch sinnvoll, hier eine Begründung abzugeben. Zu sagen, okay, der Bauernzug nach C5 ist besser als das Turmschlagen auf B7, weil... Und dann kann man das ja begründen. Okay, weiter zur nächsten Aufgabe. Das ist die Aufgabe 4. Auch hier heißt es wieder, weiß am Zug gewinnt. Und als kleine Hilfe möchte ich hier sagen, öffne die Linien. Das ist die kleine Hilfe, die ich hier bereit gehalten habe, womit wir auch schon zur nächsten Aufgabe kommen. Und das ist eine Studie. Das ist nicht aus einer Partie. Hier geht es nochmal richtig zur Sache um Linien, um Reihen. Weiß am Zug und es ist ein Endspiel, eine Studie. Finde einen Gewinn für Weiß. Das ist die Aufgabenstellung, womit wir nun auch zur letzten Aufgabe kommen. Aufgabe 6. Hier ist die Frage, wie kann Weiß eine Figur gewinnen? Beachten solltet ihr vielleicht, dass gerade diese vorangegangenen Beispiele dieser Folge, dieses Trainings, hilfreich sind, um auf die Lösung zu kommen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos, dieses Schachtrainings, Folge 8 der Reihe Schachstrategie. Lange hat es gedauert, aber ich bin mir sicher, dass auch die Folge 9 begeistern wird. Da gibt es natürlich dann die Auflösung zu den genannten Aufgaben. Ich möchte mich bei allen bedanken, die bis hierher durchgehalten haben. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht, war lehrreich und ich kann euch versichern, wenn ihr die ganzen Sachen beherzigt und das mit den offenen Linien, halboffenen Linien, Vorposten, Reihen, Eindringen in die siebte, achte Reihe. Wenn ihr das alles versteht und auch anwendet, dann könnt ihr sehr erfolgreich werden im Schach. So viel für heute, für jetzt. Ich sage nochmal vielen Dank und Tschüss.